so wo muss ich hier hin erst mal so ist ein bisschen hoch das ist ein bisschen sehr hoch ja okay alles klar wir laden mal okay cool und die runter das hier im panzer ok da gibt es aber weiter nehmen wahrscheinlich nur für ein rückblick ok zwei drei tage nicht gespielt ich werde es nicht mehr ja 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 ach so der übernimmt den jetzt cool aber auf der hand zu versieren nehmen den hier gut so der ist böse jetzt greift er sich wieder an egal Eins noch mal. Eins noch für langsam, oder? Die Attacke! Ne, ich nehme lieber den. Hier ist ja keiner mehr, den er besiegen kann. Okay, okay. So, ihr könnt wieder basteln. Bereit für eine Seilrutsche? Mit dem Motor müsst es gehen. Wie ist das denn? Irgendwas Seilrutschen. Ich nutze Seilrutschen in beide Richtungen. Ah, geil! Ich kann steuern damit. Das ist mega. So, hier komme ich nicht durch. Dann muss ich anscheinend wieder zurück. Und dann soll ich jetzt hier hoch, quasi. So, mit leer hast du. Ja, einfach hochfahren. Perfekt. Komm schon wieder hochfahren. Komm ich da jetzt hoch, oder? Ach so, ah, ja, 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 klar. Jetzt hier wieder überladen. Ich brauche hier einen Stromstoß. Okay, das handig ist heute. Die Krednau ist super hoch. Versucht, probier dich. Der Gegner näher sich. Das ist wahrscheinlich nicht gut dir. Warte auf, weiter Feuer! Schieß das auf dir! ich habe einfach drauf und die türke ging gerade auf das ist das stuhl okay gerade nicht für mich verfügbar hier ist irgendwas ja jetzt muss ich gucken warte wie ging das auf m so da ist erst mal noch geblockt aber ich kann was grünes machen da konnte ich eher zurück und deswegen lassen wir das sein aber dass wir werkbank ist eine werkbank da könnte was sein sie ist noch mal hier macht ihr was der kleine kerl ach das war die abkürzung hier ist was was ist das sofort weg ja feuer frei Ich weiß nicht wie man spielt, ich hab keine Ahnung, kein Spiel nicht. Ich kann echt nicht kämpfen, ich kann das nicht. Warte mal, hab ich gewonnen, ne auch nicht. Ich kann es auch nicht ausweichen. Es ist ein schönes Spiel, aber die Kämpfe finde ich scheiße. Aber richtig scheiße, nicht ein bisschen richtig, richtig scheiße. Oh, hier hoch. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Ja, toll. Hm, ja. Geh runter. Und jetzt? Oh. Rund hochfahren. Zack. Ja. Ey, gut, dass ich mal raus und das da... Maturspieler, sonst wird der Kontrolle jetzt fliegen. Willst du mich bearschern? Hoch da jetzt. Opferkind, ey. Das geht also wirklich echt. So, jetzt erst hier hin. Ich weiß es auch. Jetzt weiß ich nicht mal, wie ein Absprung klärt das wahrscheinlich. Ja. Wir werden noch härter arbeiten. Wir kommen rein, Offizier Crane. Scheiße. So, ran. Schwingen. Und... Das muss doch nicht reichen. Scheiße. Ja. Ich krieg das auch noch hin. So, einmal noch. Und dann muss das passen. Vielleicht. Ach so, an dem Scheiß. Was? Ah. Ah. Und das im Speichelpunkt würde ich auch sehr gerne nehmen. Und ja, danach gucke ich mich um, wo es lang geht. So. Keine Fähigkeiten, aber ausruhen. So, dann gucke ich mal auf die Möp. So, hier ist anscheinend gesperrt. Es scheint der Rückweg zu sein. Ja. Dann gehe ich hier weiter, hier auf die Plattform. Dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist nicht geblockt. Ich glaube, das geht nur falsch rum. Einfach. Aber erstmal in die Richtung. Geht es hier auch rein? Nee, perfekt. Aber wenn man jemanden anpackt, wie man eine Maus-Distatur blockt. Ja, nochmal in den Chat oder in die Kommentare schreiben. Ich würde das wirklich so gerne wissen. So, so gerne. Achso, schon gerne. Oh, oh. O again! Und ich lados, so gerne. wo hat er das holocon versteckt großartig nicht großartig ich habe angst so erstmal ausweichen kann doch nicht sein hier ist das ist doch blocken oder nicht habe ich auch verblickt ein untergang rück näher schwache leistung was bringen wir zu ende normaler geben wir wieder machen sie hält sich wenn er hört ihr auf sich zu heilen wenn sie so rot wird muss ich glaube ich kann nicht kann nicht ich lebe das nicht so begabt wie sie ist letzte schülerin aber nicht schlecht sag bloß du hast mitgezählt sie hat nichts gesagt sie könnte noch nie ein geheimnis für sich bewahren und du kennst sie so gut was sie war schwach zerbrochen an der folter des imperiums sie gab die position ihres naiven padawan preis sie hat mich nie gefunden wäre sie nicht gewesen sie hat mich verraten ich lasse mich von dir nicht manipulieren bist du dir da sicher sie hatte die wahl sich selbst zu schützen oder ihren padawan sie wählte eigennutz sie wird auf dich verraten was du ich kann auf mich aufpassen kannst du dieses risiko denn eingehen deine neue meisterin trägt große dunkelheit in ihr ihr blick als sie sah was sie mir angetan hatten wie ich jetzt bin sie wandte sich ab ihre wahre natur kam hervor sie nutzte die dunkle seite sie hat sich aber von der macht gelöst wann wird sie einknicken und auch dich verraten sie willst du neben dir haben wenn du das holocron findest was würde jahre tippo sagen du hast kein recht sein namen auszusprechen frage mich was würde er jetzt über seinen padawan denken der im schatten mit einer verräterin paktiert ihr zugang gewährt zu einer legion beeinflussbarer schüler niemand wird sie korrumpieren ja so habe ich auch mal gedacht übelst heftig holy shit sieht aus wie kai lorenden weiblich sehr sehr meister charakter und abseits weiter abwärts noch nicht wieder so ein tempel zeug bedanke für die hilfe bt du hast mich gerettet von uns näher zum grab abgebracht ja das hilft mir gerade echt viel hier rein wenn ich hier rein kann hier rein hier rein Wollen wir erst mal salven? Endpoint. Und dann hier durchquetschen. Ah, grün und blau wechselnd. Sieht aus wie ein Tomb Raider. Arise oder wie es heißt. Das ist das zweite, das zweite neue Tomb Raider, so sieht es aus. Das ist ja auch noch nicht so lange her, als ich das gespielt habe, zwei Jahre, knapp. Das ist auch ran hier. Weil, das war C, oder? Ich hab's. Aber... Sia. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Liedlerin ist. So. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Sia, die ich nicht perfektioniert habe. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich wollte jetzt irgendwo hochklettern. Ich wollte mich umsehen. Erstmal. Jetzt sehe ich gerade gar nichts. Ich bin irgendwo drüber gehoppt, wie es scheint. está só noch zu. Wenig du kämpfst du da? Na dann gehst du erstmal noch bei ihnen. Ich bin wohin. Ich kämpfe jetzt. Warte mal. Warte mal. Halten sie mal an. So. warten sie machen sie langsam dann ein freundslein hier ist nass so glaube ich herausgefunden er kann nicht durch online wieder ich wurde wieder zum tag kugelzeug ist das jetzt der standard oder was ich probiere es mal kaputt tut sich nix wenn wir es aktivieren und dazu zu pflanzen dann nehme ich das anscheinend kommen auf den google der feuer scannen es ganz gern was ist das diese geräte simulieren die schwerkraft dieses planeten ich bin sicher das ist ein leitmotiv ja dann findet jetzt habe ich erst mal fähigkeiten einsetzen skill oder war so das ganze machen greift nach einem ausweich manöver an führte eine schnelle tritt aus das heißt als mit alt weiß ich aus doch auf maustaste gelegt oder nicht oder war das das spiel wo man keine maustasten belegen kann und ich drücke die ganze zeit maustasten da passiert aber gar nichts mit sag mir das jetzt nicht sag mir oh nein es war so welches spiel habe ich denn jetzt wieder gespielt wo ausweichen auf dem maust deswegen scheiße deswegen haben sich alle kämpfe ganz übel zu weit angefühlt ausweichen ist auf alt holy shit also ich muss mir ausweichen auf c machen ich musste ja wirklich gut rankommen ich muss mir ausweichen auf c machen ich muss mir ausweichen auf alt neeeh nochmal c jetzt suchen wir die freie stelle oder wo auch c steht c hier fallen lassen nochmal auf alt so ungebunden das ist okay ungebunden die doppelklinge die doppelklinge war die nicht auf x war die nicht auf x dass die einzelklinge ja weiß ich nicht gibt es y schon was drüber gucken geht es gibt es nicht gut und noch mal x und y sie so ich würde das ganze kurz kontrollieren da muss er hier zählen stehen c ja c ist ausweichen perfekt also eigentlich perfekt aber wahrscheinlich besser als voll die zeit davon wofür meine späher haben hinten im grab ein interessantes artefakt entdeckt ich studiere es gerade und lüfte seine geheimnisse cordova hatte wohl einiges für diese zeffo übrig vielleicht genug um das holocon in ihren gebeinen zu verstecken ja ich weiß nicht was du auswählst ich sollte mich zurückziehen holen wir ihn uns da habe ich sogar den dritt gemacht bullshit er weicht sehr schnell aus er weicht sehr schnell aus ich bin fast ich brauche keine kämpfe zwischen mir und meinem ziel so bist du am Boden ja warte 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 ich komm leute ich kann einfach rennen dafür wirst du bezahlen wirst du jetzt weichen was oder hinaus da ist ne wand zum schreddern hier kannst du was scannen hier kann man was machen und hier kann ich was balliges machen da kommt der dann runter ich akriviere das ding mal her dafür sind es ja da jetzt ist hier so ein teil das kann was keine ahnung was es kann es kann vorne sein ich werde auch nicht kennen wissen was in diese Richtung ist boah keine ahnung das hier aber zuerst rein gehen damit ich mich erst in die Gegend gehen wir hier durch holen ich bin da möchte ich auch noch gehen ich bin da möchte ich auch noch gehen ja ausweichen kloppt ist ganz gut so das ist das schlag ja okay funktioniert alles nicht ich kann ja nicht viel machen außer interagieren nach angreifen langsam oder deswegen glaube ich dass hier erstmal eine vielleicht schnell das eventuell ist das hier so ein magnetfeld schwebemechanismus gerät allerdings und damit kann ich später dann irgendwie darüber keine art Attackiert den Feind! Ich sollte... Weichen? Weichen soll ich jetzt attackieren? Äh, weichen soll die jetzt? Wow, 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 ja, ja. So. Das war zumindest ausreichend nicht das Geilste. Meinst du, du kannst sie hacken? Hey, BD, sieh's dir mal an. Okay, BD, was ist es? Eine Lackierung. Ein Relikt aus dem alten Seppo. Ich spüre große Eitelkeit und Prunksucht in dieser Phase ihrer Geschichte. So. wo ist der weg darunter dann die wand und dass die tür versperrt verfügbar das sind sachen verfügbar aber ich muss erst in den raum ja das ist nicht ganz richtig hier so das ding hier kommen wir uns ja was kann ich damit machen ich spring mal gegen das klappt nicht die kugel bewegt sich welche sachen nicht genau benutzen immer noch auf die andere seite wir jetzt sind ja sagt die runter oder ich glaube nicht dass ich hier runter soll das auf meiner ebene und die tür ist eine ebene das sollte ich noch tun ich wusste dass du da rein springst was ist das bd lichtschwertmaterial ist das steht oder ja voll jetzt habe ich ein skin da bin ich rein habe ich nicht gesehen gebe ich zu aber das kind hilft mir halt auch nicht ich muss jetzt irgendwie da hochkommen ich weiß nicht wie ich das anstellen soll ich muss da hoch das sind so ketten als ob man das runter lassen kann das macht auch so sinn so ich guck mal hier hier geht es nicht weiter ist nicht das ding hier keine ahnung was ist da kommen auch irgendwie hoch ich kann jetzt hier vor hoch springen da passiert nichts in die richtung ok das wird angezogen ist ein stark aber genäht aber was bringt mir das verstehe ich nicht ich komme da nicht hoch ich weiß es nicht ich kann von deaktivieren das fällt aus erst macht die wind hat den runter geholt das zweit mal bringt mich dann hier oben hoch da müssen wir dringend hinterher